Hallo zusammen! Hallo zusammen! Untertitelung des ZDF, 2020 Du bist jetzt erster. Zwei Runden hast du noch vor dir. Untertitelung des ZDF, 2020 Du bist jetzt erster. Das ist die letzte Runde. Nicht anhalten! Du bist jetzt erster. Du bist jetzt erster. Gratuliere! Du hast das Rennen gewonnen! Hamilton wurde zweiter. Robert Kubicao Beendet das Rennen auf dem dritten Platz. Werfen wir nun noch einen raschen Blick auf das offizielle Ergebnis.